Ich bin Dominic Bartlomé, ich bin SwissKills Champion 2020 als Karosserie-Spendler. Das kann ich fast nicht beschreiben, es ist einfach super geil. Es ist eigentlich ein geiles Gefühl zu hören, dass er unter den letzten drei ist und irgendwann sagt er, yeah, das ist geil. Ich würde sagen, man darf schon ein wenig stolz sein. Ich bin hierher gegangen, er hat mal angefangen und dann merkte ich, der Zeitdruck ist schon da. Man muss dann einfach noch sauber und schnell arbeiten können. Ich glaube, das ist die grösste Schwierigkeit an dieser Schweizer Meisterschaft. An meinem Job gefällt mir, die Abwechslung der Materialien zu auspülen, zu ersetzen und zu schweissen. Das sind die schwierigsten Dinge. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.